Alter, das wär echt richtig scheiß, wenn wir hier unten sterben, weil du kommst hier so schnell immer hin, ne? Wir sind ja mit einem bestimmten Radius, aber wenn wir das weit genug weg machen, spawnen wir ganz woanders auf der Map und wenn wir das so machen, dann sind wir eigentlich safe. Ja, aber weißt du was, das ist... halt nur der Fall, ob die... außerdem ist, ähm, Topra grad gelieft. Woah! Woah! Nein! Geht's noch rück? Nein, 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 lauf, lauf, lauf! Nein! Hallo Leute, hier sind wir wieder im Nähtal. Und ich hasse diese Geräuschkulisse. Ich stelle es jetzt auch einfach ein bisschen leise, solange wir hier drin sind, wird eh kein Gegner kommen. Ja, ich muss auch ein bisschen leise, sonst zeige ich dich nicht immer so gut. Und ich würde sagen, wir schauen uns noch ganz kurz die Festung hier an. Aber zuerst mache ich den Spawner kaputt, weil das reicht mir jetzt mit. Oh Gott, das sind wieder so viele. Ich traue mich nicht. Kriegst du es? Scheiße, ich bleibe. Oh Gott! Ich hasse das. Warte, ich gehe rein. Ja. Du musst keine Spitzverkehr, ne? Na doch, hab ich, ich hab schon... Ich brauche ab, brauche ab. So, das ist kaputt. Sehr schön. Kaputt gemacht. Nice. Ich hasse diese Lone. Ich hasse diese Geräusche von dem. So, dann, so schnell. Wollen wir uns aufteilen oder wollen wir zusammenbleiben? Wir bleiben zusammen. Okay. Ist mir lieber. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier nach links, rechts, keine Ahnung. Gehen wir erstmal da an. Okay. Sag mal, das Wilferskill hat mich... Ne, doch, jetzt hat sie mich getargetet. Wo bist du hin? Okay, ich töte es. Hä, wo bist du? Ach, da bist du. Ich dachte, du bist woanders. Okay, ich wurde wieder geschlagen, aber... Alter, da sind nochmal zwei. Okay, geh zurück, geh zurück, komm her, komm her. Das überlebst du doch nicht. Doch, doch, die machen gar nicht so viel Schaden. Echt? Ich denke immer, die machen so richtig fett Schaden. Nö, die machen gar nicht so viel Schaden. Droppen die irgendwas besonderes? Okay, tot. Ähm, ja, halt nur ein Wilferskelettschädel, aber... Ach, das brauchen wir... Den brauchen wir nicht. Alter, da ist einfach noch ein Spawner, da rechts. Da ist einfach noch ein Lohnspawner. Wir haben schon neun Stäbe, das heißt, es reicht eigentlich, ne? Ja, aber lass ihn trotzdem abbauen. Damit, falls andere die Festung für den Rest bekommen... Natürlich. Bauen ab. Oh Gott! Ist hier ein Battlinger, weißt? Alter! Voll fett, die Festung hier. Äh, Glowstorm... Ja, ich musste wieder ausmachen. Also, ich hab's getestet. Ähm, das scheint nur im Neta so zu sein, dass dieses Cave-Mapping an ist oder so. Brauchen wir Glowstorm? Ein normaler Map ist es nicht. So. Glowstorm brauchen wir doch, doch. Aber ich hab genug. Okay. Ja, ich hab auch noch was ziehen. Wie viele Skelette hier sind. Das mega krass. Scheiße, das hat mich auch bekommen. Oh, und da ist ein normales Skelett. Fuck, Alter. Alter, das sind drei normale Skelette. Nee, komm, aber wenn die dich geschwächt haben, ist es voll scheiße, ne? Oh Gott. Oh, jetzt hat mich das wiederbekommen. Die Scheiße ist halt... Man sieht nicht, wie viel Leben man noch hat. Man sieht's einigermaßen. Ich geh mal hier so rein. Ich geh auch hier bisschen sich verstecken. Ich hab zwar nur noch drei Herzen, aber egal. Also, ich hab ein Stack Glowstone. Ich denk, das reicht voll, ne? Ah, okay. Ja, ich hab halt hier noch das. Ach, du hast nur den Staub wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, jetzt hab ich 23. Ich hab's eben auch zu Blöcken gemacht. Ah, okay, ja, dann... Gut. Dann würde ich sagen, reicht es mit der Festungsbesichtigung. Wir gehen nach Hause. Ja, komm, ey. Ich hab keine... Was wir da finden, ist ja auch... Weil hier sind irgendwie auch gar keine Kisten. Das war da... Ich würd's noch gerne mal ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwo... Du willst noch hoch? Hier gibt's nichts. Ja, hoffentlich finden wir den Weg wieder zurück, ne? Da müssen wir uns da ja wieder runterbauen. Ja, hier. Das wird ja voll scheiße. Hier haben wir uns hochgebaut. Irgendwo, oder? Nee, ach so, hier sind wir reingegangen. Ja, ich will den Weg nach Hause. Nach Hause, ja. Warte, ich mach das erst, was ich mache... Warte kurz, ich mach ein Waypoint, ja? Ja? Ja, okay, hier gibt's nichts. Kannst du kurz auf mich aufpassen? Mhm. Ich will mir einen Waypoint machen. Ich stell mich mal hier hin, ja? Ja. Okay, bau kurz zu, genau. So, Waypoint View. Perfekt. Ich schau mich schon mal um. Portal. So, die Koordinaten waren... Jetzt muss ich in den Channel gucken. Das war doch... 40... Z war... Z ist die Höhe. Ne, Y ist die Höhe, ne? Ähm, ja, Y ist... Okay, dann ist das hier voll blöd dargestellt. X, Y, Z, ja. Dann war... Die Höhe... Ach... 86... Z... Ich weiß auf jeden Fall, wo wir uns hochgebaut haben. 60... So... 40... 65... Passt. Du seh' ich den jetzt? Ja, ich seh' den. Das ist gut. So, ich komm' mal raus. Mann, ey, hier gibt's halt noch... Da drüben ist halt auch noch ne Festung, ey. Das ist schon krass. Ja, egal. Das... Das lohnt sich. Ich will nicht so lange hier bleiben. Das ist voll scheiße. Wo bist du jetzt denn? Okay, du musst raus und rechts. Guck mal, alles was wir hier drin sind, können die da draußen, wer weiß was machen, ne? Ja, stimmt schon. Das ist das, was mich so bisschen aufregt. Und hier sind wir, ähm, haben wir uns hochgebaut. Boah, wollen wir nicht einfach da oben, da nach hinten gehen? Da ist nämlich die andere Festung. Wir müssten einfach... Ne, das ist nicht die andere Festung. Ach, das ist wieder eine andere, oder wie? Ja, deswegen meine ich ja. Okay, dann aber... Weil wir sind ja viel höher. Komm, wir bauen uns da jetzt nicht runter. Wir versuchen irgendwie hier oben den Weg zu finden. Das ist mir irgendwie sicherer, als da jetzt runter zu gehen. Mann. Aber wenn wir unten sind, dann kann ich mich erinnern und schnell zum Portal... Ja, aber komm, verfolg mir mal. Ich hab ein Waypoint. Vergiss das nicht. Ich hab... Ich hab die Macht des... des Waypoints. Ach so, du... Wir haben doch die Koordinaten vom Portal. Ja, die hab ich ja aufgeschrieben. Deshalb hab ich jetzt auch ein Waypoint. Und wir können hier oben einfach lang. Und dann siehst du da auch schon die andere Festung. Ja. Das heißt, es war voll unnötig, dass wir da unten lang sind. Und das ist auch nur ein Spawner, so wie ich das jetzt sehe. Siehst du es? Pass auf, da unten sind voll viele Lohn. Geh da nicht hin. Ich seh's nicht. Aber... Pass auf, weil da ist so Abgrund. Und wenn die jetzt hier rüber kommen, könnten die uns ziemlich Stress machen. Ja. Und die kommen schon. Die haben uns getargetet. Wo müssen wir hin? Wir müssten... Ja, die sehen wir uns. Darüber. Komm mal hier runter. Alter, das... Alter, schlag mich nicht! Ich wollte hier abholen. Oh mein Gott. Alter. Du. Oh mein Gott, ey. Mach mal hier nicht so einen Schock. Bitte. Wir müssen aufpassen, die Lohen kommen schon zu uns. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Alter. Oh mein Gott, ey. Nee, die haben uns glaube ich nicht mehr getargetet, oder? Hm, ja. Springen? Yolo? Ich weiß nicht. Ich erst grad mal was. Hierzu diesmal zuerst. Wie viel? Oh, vier Herzen. Aber du hast wieder voll. Ein bisschen von neu. Eine dreieinhalb. Okay. Gut, äh, Portal ist... Wollen wir links rum oder rechts rum? Das ist auf jeden Fall in die Richtung. In die Richtung? Ja. Okay. Genau, geradeaus. Wenn du jetzt nur noch geradeaus läufst, sind wir beim Portal. Ah, ich seh unsere Blöcke, ja. Okay, perfekt. Okay. Vorsicht. Hier geht's runter ein bisschen. Aha. Ah, wir sind hier echt krass irgendwie im Kreis gelaufen. Ja komm, wir gehen doch nach unten. Das ist einfacher, oder? Okay. Ja. Weil da drüber, da kommen wir ja nicht wieder auf die andere Seite. So war das doch irgendwie, ne? Ach, ich weiß es gar nicht mehr, ey. Ich auch nicht mehr, aber das Portal ist noch knapp 400 Blöcke entfernt. Ja, perfekt. Das heißt, wir sind bald zu Hause. Und wenn wir aus dem Portal rauskommen, müssen wir scheiße aufpassen, weil es könnte sein, dass die davor einfach campen, ne? Meinst du? Ja, meine ich. Meinst du, die warten? Meine ich, meine ich. Das könnte sein. Oh Gott, ey. Ich will aber nicht mehr. Das ist halt das Problem. Es könnte voll gut sein, dass die das echt machen. Okay. Und die Scheiße dabei ist halt einfach, ich weiß nicht, wie das ist. Sind wir hier durchgegangen? Wo bist du denn jetzt lang? Ähm, hier. Oben irgendwo. Ja, hier. Hier ist gut. Einfach den Blöcken entlang. Ach, da. Ich bin rechts von dir. Ah, ja. Okay. Ja, einfach hier lang. Da geradeaus. Weil da habe ich gerade, ehrlich gesagt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Weil der hat doch so blöd gefragt nach der Folge. Was ist, wenn wir jetzt euer Portal abbauen, ne? Ja, aber ich... Als ob der das gefunden hat. Aber das ist ja jetzt auch nicht gut versteckt. Die könnten das ja locker finden, wenn sie da rumlaufen. Die haben auch eine Minimap. Das könnten die sehen, den Cobblestone, der da oben gebaut wurde. Aha. Überleg mal, wir sind schon die dritte Folge hier drinnen. Die hatten genug Zeit. Ist das die dritte? Ja, ich glaube schon. Oh shit, ey. Und in drei Folgen bist du über so eine Map drüber gelaufen. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Das kann natürlich sein, ne? Dass die hier komplett... Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ich schaue mal von hier oben. Also, wir gehen mit gezogener Waffe da durch. Ja, auf jeden Fall. Und zwar beide zusammen. Und wenn wir beide zusammen da durchgehen, müssen wir ver... Aber ob die da... Alter, wenn die da so eine Lavafalle oder so gemacht haben... Das wäre übel. Das ist nicht verboten, ne? Dass wir... Das ist... Hast du einen Wassereimer? Ich habe auf jeden Fall einen Wassereimer. Ich habe auch einen Wassereimer. Aber wir müssen dann auch gucken, dass wir nicht... Das Portal ist übrigens da hinten. Wo gehst du lang? Ich habe keine Ahnung, ey. Komm mit. Ich habe versucht, mich irgendwie zu orientieren. Hm. Das Problem ist, es kann sein, dass wir dann irgendwie so feststecken in der Mitte davon oder so, weißt du? Ja, im Couple meinst du? Ja, genau. Also, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Oh Gott, ich hoffe... Die haben uns eh nicht gefunden, ey. Die... Weiß nicht. Das könnte aber sein. Aber ich glaube, auf jeden Fall hat jeder schon Waffen, also... Ja, das glaube ich auch. Das könnte ein bisschen tricky sein. Ich habe da nämlich echt voll Schiss. Hast du jetzt eigentlich eine Spitzhacke? Ja, ja. Ich habe eine Eisenspitzhacke. Das ist gut. Sogar noch relativ ganz. Das ist sehr gut, weil wenn wir da drin feststecken oder so, dann sollten wir uns beide üben. Ja. Boah, ich habe richtig Schiss gerade. Ey, ich mache mich aber auch, ne? Ach komm, dieser Baum sitzt durch. Das Portal ist da hinten irgendwo. Du musst aufpassen, ne? Nee, ich mache mich da jetzt nicht durch. Hier kann einfach Lava sein auch, ne? Hä, wie sind wir da langgegangen? Wir müssten irgendwie mit diesem Berg durch. Durch den Berg? Dahinter, ja. Hier hinter geht's, hier geht's irgendwie. Aber das geht zu weit. Hier sind wir nicht langgelaufen. Meinst du, hier ist ein Gas? Oh Gott. Ne, ne, komm, komm, wir drehen um. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Wir gehen rechts rum. Also da andersrum. Willst du außen rumlaufen? Ja, ich baue mich da doch jetzt nicht durch, ey. Wobei, das sind nur noch 70 Blöcke. Komm, komm, wir bauen uns 70. Ja, 70 Blöcke, Alter, ist das schnell gemacht. Okay. Da war der Gas, der hat von uns abgelassen, das ist schon mal gut. Ja, der kann uns hier hinten eh nix. Ja. Aber ich meinte schon die Diaspitzsacke kaputt, die brauchen wir eh nie wieder. Ich glaub, wir hätten uns, das war richtig dumm von mir, wir hätten uns noch mehr Obsedien mitnehmen sollen. Ne, wir machen einfach folgendes, wir bauen das Portal hier drinnen ab und wir laufen irgendwo anders hin. Was hältst von der Idee? Dann können die da nicht mehr stehen, weil wir dann woanders spawnen, weißt du? Ne, 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 ne. Doch, doch, doch. Ich hab grad verlassen. Doch, doch. Das ist doch so, oder? Ne, das... An der... Egal, wo du das Portal in der Hölle reinstellst, du kommst immer... Sicher? Ich glaub nämlich nicht. Ich glaub, wenn wir das weit genug... Das ist... Das wär echt richtig scheiße, wenn wir hier unten sterben, weil du kommst ja so schnell immer hin, ne. Wir sind ja mit einem bestimmten Radius, aber wenn wir das weit genug weg machen, spawnen wir ganz woanders auf der Map und wenn wir das so machen, dann sind wir eigentlich safe. Ja, aber weißt du was? Das ist... halt nur der Fall, ob die... Außerdem ist, ähm, Toprakrad gelieft. Woah! Woah! Nein! Geht zurück! Nein! Nein, nicht dein Ernst. Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich bin tot! Ich trinke meinen Halttrank! Nein! Fuck! 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 Ich brenne noch! Ich weiß nicht wie lange! Fuck! Verdammt! Mein Mann ist weg! Fuck! Nein! Komm! Fuck! 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 Sammel die Sachen auf! Sammel bitte die Sachen auf! Ja! Sammel ganz schnell die Sachen auf! Fuck! Nein! Fuck! Fuck! Wo bist du gespawnt? Am Spawnpunkt natürlich! Weil wir keine Betten haben! Bitte sammel die Sachen auf! Ja! Ja! Scheiße! Alter Mann! Scheiße! Scheiße! Ja! Du warst auch so nah hinter mir! Ja! Tut mir leid! Ich wollte schnell zubauen, aber du bist... Oh! Fuck! Aber du konntest ja nicht rennen! Nee! Konnte ich nicht! Das ist richtig mies! Okay! Warte! Slimeball brauche ich nicht! Fehlern brauche ich nicht! Du brauchst die Waffe, die Waffenbox, die Glowstones, Race Powder und das ganze Eisen! Mach dir Kisten! Du hast Holz! Scheiße! Verdammt, Alter! Nein! Ich habe es auch noch gesagt vorhin! Da kann aber Lava kommen, ey! Ja! Ich dachte zum runterfallen! Fuck! Nein! Fuck, Alter! Fuck! Nein, Mann! Ich warte in der Hölle, okay? Schau, hast du... Guck bitte, dass du alle wichtigen Sachen hast! Ja, ich mache mir erstmal... Ich mache hier erstmal eine Kiste! Aber da ist nichts in der Lava verbrannt, oder? Nee, gar nichts! Das ist gut! Das ist richtig gut! Gott sei Dank! Gar nichts ist verbrannt, aber... Gott sei Dank! Alter! Fuck, ey! Fuck! Oh, Sand! Was hast du denn alles dabei? Verdammt, aber Holz! Ich nick mich jetzt grad voll am Spawn, ne? Die ganze Zeit! Ähm... Ja, aber... Weißt du ungefähr, wo wir sind? Nee, ich habe absolut keine Ahnung! Und das ist genau das Problem! Du wirst aus dem Portal rausgehen müssen! Ja, und du musst mir dann die Koordinaten sagen müssen! Oder ich schaue... Nee, die haben nicht auf die Koordinaten geschaut, als wir das Portal gebaut haben! Okay! Scheiße! Ich packe erstmal alles hier rein, was hier ist! Oh, fuck! Alter! Okay, Alter! Ich bin mega überfordert grad, Digga! Nein! Ja, ich auch! Und das Blödes, ich kann hier grad nur stehen und nix machen! Weil das Problem ist, wenn die zum Spawnpunkt gehen, dann haben die nicht! Weißt du was? Du rennst einfach in die Richtung, wo wir... Ich renne grad nirgendwo hin, weil ich hab nix! Und wenn ich sterbe durch Mops oder wenn mich ein Gegner sieht, bin ich tot! Ich verstecke mich hier jetzt, weißt du? Oh Mann, Gamsen! Hör zu! Und was soll ich machen jetzt? Ähm, pass auf! Du... Ich hab hier ne Kiste! Ähm... Okay, wir haben alles, wir haben alles noch! Also du hast alles in die Kiste getan, was da lag? Ja, ich hab alles in die Kiste! Also du hast wirklich alles? Ich hab alles, ja! Du hast wirklich alles? Okay, das ist sehr gut! Du machst meine Munition? Ähm... Das ist richtig gut! Ähm... Ich pack... Ich lass alles in der Kiste drin, okay? Lass... Ich sag dir jetzt die Koordinaten! Ja, aber wie soll ich denn da hinkommen? Das ist doch... Nein, nein! Schreib dir die Koordinaten einfach von der Kiste auf! Damit wir... Weil ich geh jetzt raus... Ja, aber ich kann nicht ent-sneaken! Wenn ich mich ent-sneake, dann sehen wir nicht, falls die hier herkommen! Ich schreib sie mir auf! Das musst du machen! Schreib's im TeamSpeak-Channel! Hier, wo wir sind, okay? Ähm... Ne, ich schreib's mir einfach hier auf mein PDF, Alter! Oder mach das... Aber schreib's irgendwo, wo's nicht verloren geht! Portal... Und dann... Kiste... Warte... Ich sag... Weiß nicht... Scheiße! Die dürfen in der Folge eh nicht schauen, also von daher... Dürfen sie nicht, nee! 6,5,9,5... Fuck, man! Fuck! Okay! Oh man, wie lang... Wie lang haben wir noch? Die Folge? Wir haben noch ein paar Minuten! Okay, okay! Dann... Weißt du was? Wo... Wo sind wir lang gegangen? Ah, hier unten ist noch was! Du... Guck, dass du... Guck, dass Lohnstäbe, Netawarzenrüstung und die Waffen drin sind! Haben wir! Haben wir! Haben wir! Haben wir! Haben wir alles! Okay! Okay! Fünf Dias haben wir auch! Ich baue mich jetzt mal da weiter, wo du gestorben bist! Pass aber auf! Pass auf! Die Lava auf! Alter! Pass bloß auf! Alter, die fließt so verdammt schnell! Das ist... Pass auf! Pass auf! Alter, wenn du stirbst! Ich komme zu dir und schlag dich! Du darfst den Fehler, den ich gemacht habe, nicht machen! Bitte! Bitte! Ja! Ich pass schon auf! Ich pass schon auf! Okay! Ich baue alles so vier Blöcke vor mir! Ja! Boah ey! Ich habe das letzte Mal geschafft! Ich hatte ja auch gar keinen Platz mehr im Inventar! Weil ich war... Ich bin halt auch... Ähm... Wir haben nur ein Leben weniger! Ich muss jetzt schauen, in welche Richtung ich muss! Ja, schreib mal Folgen in den Chat, bitte! Nein! Doch, schreib Folgen in den Chat! Ich kann mich nicht entsneaken! Okay! Und jetzt disconnecten wir beide gerade schon mal! Okay! Tschüss Leute! Ciao! Ciao! Bis die nächste Folge! Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen oben da! Abonniert, um nichts mehr zu verpassen! Und dann... Scheiße! ... rette ich in der nächsten Folge den lieben Daumen selbst! Scheiße! Tschüss! Tschüss! Tschüss!